Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der ersten Folge haben wir eigentlich nur eine Schule von Diamond City, oder die Schule von Diamond City betreten. Haben versucht ein paar Punkte für Strong rauszuholen, haben im Bunker Hill einen Auftrag angenommen, den wir sofort erledigt haben. Und jetzt haben wir wieder einen Auftrag angenommen, den wir auch jetzt erledigen. Ja, wäre vielleicht nicht so eine gute Idee, da einzugehen. So, so sieht es übrigens jetzt hier aus, indem ich ins Institut reingegangen bin. Ist jetzt alles im Eimer. Und wenn ich mich ins Institut reintelportiere, dann gehen die sowieso auf mich los, also macht das keinen Sinn. Aber ja, wollte ich nochmal zeigen. Kann ich vielleicht wieder alles abreißen und irgendwann den Bauern, keine Ahnung. Mal schauen. Jetzt haben wir erstmal wieder einen Auftrag. Und zwar sollen wir Gravanen-Leute retten und diesen Cessler-Typen töten. Ich glaube der ist so, ich habe den Schleitz mal so genannt. Ich hoffe, das ist richtig. Ja. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Munition dafür. Verdammt. Gut. Radar. Wird da wohl keine Schwierigkeit geben. Merkwürdig. Sollte ja keine Schwierigkeit herstellen. Hoffentlich. Ich habe gerade keinen Fatman oder irgendeine andere Wunderwaffe dabei. Aber trotzdem. Da sieht es doch schon so aus. Ja, hier ist die Schule. East Boston Preparatory School. Preparatory School. Preparatory School. Was weiß ich. So. Reiner. Ich habe vorher einen Fallout 3. Und auch relativ früh hier so eine Schule von Radar befreien. In der Nähe der Hauptstadt. Also nicht Hauptstadt, aber der bekanntesten Stadt. Ja, auch nicht bekanntesten, aber der ersten Stadt von Fallout 3. Was weiß ich. Ist auch egal. Oh, ist das falsch. Oh, ist das falsch. Hey. Willst du Menschen neue Befehle haben? Gibt es was, worüber du reden willst? Strong sein, froh, dass Mensch sein bei ihm. Okay. Was denkst du, wie es er zwischen uns macht? Mensch sein wie andere Menschen. Schlau, aber schwach. Strong bleiben jetzt bei Mensch. Okay. Ich will, dass wir so einen Brotalk hatten. Darum ist unsere Zielversuchen. Oh Mann, echt? Wer ist da? Wer war da? Schreie gerade Radar oder Richter? Komisch. Immer wenn ich die gerade anvisiere, wenn die weg habe ich das Gefühl. Dann bin ich mir halt nur ein. Ja, von woanders irgendwie will. Ich meine, er wollte diese Karawanentyp nicht erledigen. Ich merke mich, hier ist irgendjemand oder so. Wer ist das? Ich mir hänge deine Eingewäide um den Hals. Pfff, warte. Tote nicht brauchen Sachen. Wir nehmen. Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Scheiße, das sieht noch einem Hinterhalt aus. Das kann ich mir die ganze Zeit wieder handeln. Wer ist denn da? Ich schätze, sie hat recht. Was zum Teufel war das? Jetzt gehörst du mir, Mann. Alter. Ich hätte mir eben wieder Klaus hier. Strong. Ich hätte mir die Fresse halten. Hey. Die ganze Zeit. Ich habe mich verletzt, weil ich wieder irgendwo ein paar Schlösser finden werde. Jetzt ist er wieder doofe. Also alles umsonst, was ich da in Diamond City gemacht habe. Ich gehe jetzt einfach ein und hole kaputt. Ich gehe jetzt nicht mehr hängen, danke. Gut, Vertrag. Eine Eingewäide um den Hals. Was ist das hier mit dem? Den haben wir uns überwacht. Weiter. Ha. Ich habe ganz den Päck in der Hand gehabt. Einfach nur so kurz die Wurst geklopft. Boah, ich spürst das wieder so. Hey, Quart. Boah. Hey. Dreck. Vor allem die ganze Hamada ist da stationiert. Boah, der Dicher schießt sich jetzt im Klo. Boah, komm da raus, ey. Boah, ich habe was gehört. Boah, du bist weg. Besser. Jetzt muss ich mal aus dem Klo rauskommen. Boah, du bist weg. Oh, du bist weg. So muss das gehen, meine Güte. Ja, Gott. Ich muss meinen Blutvertrag haben. Das ist bestimmt hier mit Banker. Nein. Mit meinem Blut glaube ich mein Leben dem Richter und seinen Geschworenen anzuvertrauen. Bis zum Ende auch unter Qualen der Folter uns Todespass ist doch nicht da. So, die meisten schon mal erwähnt. Echt Sneaky, wenn ich was noch hinzufügen darf. Au. Au. Wo? Ja ey, was? Ja. Er ist aber irgendwo hier, ja nicht da. Sollte mal gucken, wo diese Vortex-Lunchboxen sind, weil hier war noch eine Lunchbox gerade, wo ist sie jetzt? Wo ist jetzt die Lunchbox für die Arme, hallo? Blöde Wien ist jetzt geflogen. Da. War ein Satz sogar gelohnt. Das ist ein Roboter drin gewesen, geil. Ich habe was für mein Regal. Boah, wie viele Leute hier noch sind. Irgendwo eine Wiener. Auf geht's. Auf geht's. wenn er den schon und so noch mehr Wollen wir mit einem blöden Galaten, ne? Ey, das war dein Kollege. Ein Kollege. Was ist er, das? Oh, warte. Warte, ich helfe dir. Ich krieg's da nicht raus. Tut mir leid. Sag mal, hat jemand Schiedsrichter, oder hab ich mir reingebült? Wo? Oh, da. Ein Pisser von da runter. Kann man was jetzt wecken? Ha! Das wird so gut warm. Ich hab den Strongs Reichweite gemacht, damit ich das Aura hat. Nein, Strong. Das ist der Typ, der ist abgehauen, das gibt's auch nicht. Konnten die in wachsamen Augen von Strongen entkommen. Ja, der hat sich nur ne Waffe holt. Ich hab das schon hundertmal. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Hm, wo willst du nicht wissen, wie oft ich das schon gemacht hab? Zwar nicht nur in diesem Spiel. Was für ein Glück hab ich da nicht reingeträgt. Ich weiß, was dann passiert wäre. Der hat wahrscheinlich explodiert. Ich hab dich irgendwo reingetreten. Ich bin echt richtig beschissen, wenn ich irgendwo reintrete. Ich bin so eine Person, die sich rumdreht und denkt, hör, was war das? Dann wegen so einem Mist stirbt. Aber legst mir das doch mal kaputt. Oh, danke. Oh, nein. Oh, schon, okay. Wow, sehr gut gemacht. Aber wenn du die Gegend so von draußen noch siehst, so wie sie wahrscheinlich aussieht. So, hier sind die Geisen, aber brauch ich die noch in diesen Kampf hier rein. Ziel. Schieß ich. Stisch. Ja, es kommt. Der, wenn man zurückkriegt hier. So. Hier sind noch welche. Oh, was ist das denn hier für eine Bude? So eine große Kiste, ne? Okay. Nur 22 Kronen kommen und irgendein Teil. Jetzt ist nämlich mal an den Richter sein Thron oder so. So sind wir noch Gegner, meine Güte. Ich bin ja wieder Stress für gar nichts. Daneben. Ah, nee. Ich könnte auch einfach nicht aufschließen, aber... Geschafft. Nein. Hallo, unbeglaublich überwältigen in der Geschichten. Redaway heilt 5% Strahlungsschaden. Plus 5% Strahlungsschaden. Okay. Wow, diese Fähigkeit ist nutzlos. Ich habe irgendwann planen, diese Fähigkeit zu nehmen, die alle heilt. Anheilung. Da bezieht sich auch Redaway. Nur, ja. Es ist ein Satif nutzlos. Aber man nimmt, was man kriegen kann, ne? Was? Aber es ist ja immer ein Kau. Boah, ich habe mir gerade vorgestellt, wenn sich jemand da drauf sitzt. Ehe. So mitten in das Loch rein. Oh Gott. Da interessiert keinen. Wenn doch, dann hat diese Person Probleme. Wo ist die letzte Person meine Güte? Errate irgendwo unten. Ich kriege noch. Gibt es noch nicht. Weil ich war auch schon unten, da war noch nix. Komm raus. Mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Ich habe es nicht mehr so geboten. Ich habe es nicht mehr geboten. Die Macht des Glitches ist von meiner Seite. Was weiß ich, dass das neues Gebiet ist? Meine Güte. Wir werden einfach nur hier bohr. Ich weiß nicht, dass wir irgendwie nur Gegner sind. Vor allem die sind sehr viel nerviger hier, weil man die überall hört. Hier wäre ich gut. Das ist der verdammte Gegner. Ich bin ja noch verirrend. Oh Gott. Es soll doch irgendwie hier sein, ne? Ja, oder was? Bin ich da? Da ist doch wieder der ganz... What? Wo ist diese Person? Wie komme ich da hin? What? Na jetzt wird's noch... Cool. Vor mir, ob man das gesehen hat, wenn die Politiker noch nicht da gewesen wäre. Alter, wo ist... Wo ist diese letzte Person? Nein, die gibt's noch nicht. Ach so, los, notier mich. Notice me, Senpai. Okay. Äh... Stinky. Okay. So, jetzt... Du mir... Dreimal... Strong wieder... Nicht zustimmen. Was sieht... So, jetzt... Vielleicht ist... Wir lassen... man macht neue ich habe jetzt die verdammt schlüssel und machte wie so auf er werde aber nicht ich weiß nicht wo der typ ist also werdet ihr wahrscheinlich ja nicht jetzt hier mitten in den rhein rennen oder so oder ja ich habe jetzt ein paar erfahrungsgut aus dem fenster geworfen die dinger nicht so geöffnet habe ich glaube du weißt das zu schätzen strom tschuldigung dass keinen dieser bastarde von zellers armee am liebsten ich habe mich auf eine armee so ok kessler hat dich geschickt gott sei dank hallo ich hätte es nicht länger ausgehalten danke dir weiß ich wohl der letzte ist ich bin der nicht vielleicht ist er auch nicht mal so ein typ vielleicht hat irgendwie so eine kacke lag oder was ich ich finde jedenfalls die person ich ja ich habe den typen gelegt erledigt und da ist doch das was zählt ne er startet genau diese überleben in der revolution wir nehmen es dann am ende spielt es mit der größten raider armee aller zeiten auf irgendwie so was kann ich auch gleich und da ist doch eine der anderen ausgänge glaube ich nehmen sollen werden wahrscheinlich auch eingeführt aber wo er ausgemischen geführt hätte irgendwo da oben kann ziemlich nicht gehen wir nach und herr und wollen unsere belohnung erfahrungspunkte was auch immer ab ich glaube das wird dann der letzte oder vorletzte part vor dem addon weil ich mir ja noch holen muss ich muss noch weil ich sie sowas holen glaube ich also ob ich das spiel selbst pläden würde oder nicht ich hätte mir so oder so alle addons geholt habe ich bei fallout 3 auch gemacht hätte ich weiß gar im augen macht aber auf ps3 skyrim ist nicht so gut weil es dauernd am ruckeln war je länger man gespielt hat aber naja rauf verdammt mein geld ist dem mona ich mein kessler ist aus wie das dem mona ganz ehrlich einer der gefangenen hat mir erzählt was sie dort durchmachen mussten ich hatte keine ahnung und sie haben das ganz allein gemacht hier ist die bezahlung jetzt wird sich nicht schon wieder schlafen zum glück ist es gut ausgegangen ich bin froh dass sie auf unserer seite sind dank ihrer hilfe sind die straßen jetzt wieder sicher dass sie ein eigenes stück land haben bauen sie einen sicheren ort für die karawanen dann haben alle was davon sehr merkwürdige situation jetzt steht sie wieder auf ehrlich aber wie auch immer sie sind auf dem hill jederzeit willkommen ich nach jedem satz hatte sie wieder schlafen das war ich nicht irgendwie geschenk gegeben also damit du mich magst du wie im bayer spielen mal darüber habe ich jetzt aber auch erfahrungspunkte und so bekommen und jetzt gar nicht drauf gehabt dieser komischen geschichte ja egal ich beende dann jetzt den part hier wir sehen uns dann obwohl er wird glaube ich nicht der letzte part vor dem end und sein weil ich werde es bestimmt an den tag hochladen werden es rauskommt weil dann wirklich probleme bekommen wahrscheinlich erste woche später also ich glaube der 180 190 part wird auf jeden fall jetzt hat er dann auch beinhalten jeweils ich bedanke mich dann für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge so so